drei kinder streiten um eine flöte jedes behauptet die flöte ist mein nur eins bekommt sie drum ist sein thema zum philosophieren das flöten dilemma drei kinder streiten um eine flöte das erste sagt die flöte sei mein nur ich allein kann diese spielen erhalte ich sie nicht so wäre es gemein das zweite der kinder ist bitter es habe so sagt es nicht zum spielen zum ausgleich braucht es die flöte ganz klar den anderen sei sie nur zusatz zum vielen halt als sagt nun das dritte der kinder habt ihr denn etwa die flöte geschnitzt nein ich hab's in langer arbeit erledigt drum ist es nur richtig dass ich sie besitze ein jedes der kinder hat irgendwie recht kein argument ist wirklich schlecht ein jedes leuchtet irgendwie ein und doch erfüllt kann eines nur sein nur eines allein und drum ist sein thema zum philosophieren das flöten dilemma dabei sollte man nur nicht vergessen vor dem flöten kommt stets das fressen drei kinder streiten um eine flöte jedes behauptet die flöte ist mein nur eins bekommt sie drum ist sein thema zum philosophieren das flöten dilemma umm Amen.